Mehr Sicherheit mit wenig Aufwand. Die Attrappe einer Videoüberwachungskamera ist äußerlich nicht von einer echten Kamera zu unterscheiden. Der drehbare Einsatz und die Linsennachbildung im halbtransparenten Kunststoffgehäuse sorgen für ein täuschend echtes Erscheinungsbild. Die Nachbildung sieht aus wie eine der modernen IP-Camps, die direkt an den PC angeschlossen werden. Sie eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Sie können die Attrappe beliebig positionieren und mit dem mitgelieferten Montagematerial auch fest verschrauben. Bereits die vermeintliche Anwesenheit einer Kamera kann Wunder wirken. Nutzen Sie sich diesen Effekt und schlagen Sie Störenfriede bereits frühzeitig in die Flucht.